2 zu 1 für FC Altenessen, Torschützer die Nummer 9, Alex C. C. Couton. Der FC Kahnab gleicht aus, Torschützer die 7, Luca Pazio. Mika Pazio, Entschuldigung. 3 zu 2 für FC Altenessen, Torschützer die 4, Luca Pazio macht gut. 3 zu 3 für FC Altenessen, Torschützer die 11, Jasper den Groth. 4 zu 3 für FC Altenessen, Torschützer die 1 für FC Altenessen, Torschützer die Die 10 Rückschacht Adelsheim. 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 Die 10 Rückschacht Adelsheim.